Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin es der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu den ÖPNV News. Ja, einiges ist passiert, von daher würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und zwar mit der ersten interessanten Ankündigung eines Bildes von, ja, lasst uns mal überlegen, von wem, von Projekt Gladbeck natürlich. Hier wurde ein Bild einer S-Bahn, ja, dargestellt mit dem Titel Coming Soon, kommt bald. Hier wissen wir natürlich noch nichts, um was es hier geht, ob es hier um einen Schienersatzverkehr, ob es um eine S-Bahn eventuell hier handeln könnte. Das ist alles noch nicht auf der Seite von OMSI Projekt Gladbeck erklärt worden. Nur dieses eine Bild entstand und jetzt kann man sich natürlich dementsprechend so seinen Teil denken, was könnte das sein? Eine S-Bahn in OMSI wäre natürlich nicht, könnte man machen, ist natürlich möglich, Straßenbahn und U-Bahn funktionieren bereits, also warum sollte nicht auch S-Bahn funktionieren? Aber wir gehen mal stark davon aus, dass es hierbei nicht um einen S-Bahn-Elon handelt, 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 sondern dass das Ganze hier so eher in den Schienersatzverkehr Richtung, ja, Düsseldorf irgendwie sowas geht oder so. Von daher müssen wir mal gespannt sein, was uns jetzt in den nächsten Tagen hier auf der OMSI Projekt Gladbeck Facebook-Seite hier gepostet wird. Auf jeden Fall sieht das auf jeden Fall mega interessant aus, weil man ist sich noch unsicher. Auch schon die Kommentare unter diesem Bild, ja, die sind natürlich auch schon sehr, sehr verwirrend und Projekt Gladbeck hat sich da dementsprechend noch nicht dazu geäußert, um was es da natürlich handelt. Aber wir werden euch natürlich da auf dem Laufenden halten und werden dann schauen, was es ist. Also wir, also ich persönlich gehe stark davon aus, dass das Ganze hier halt nur um einen Schienersatzverkehr handelt. Ihr könnt ja gerne mitraten, mitvoten, schreibt doch unten mal in die Kommentare, was würdet ihr denn jetzt anhand dieses Bildes, ähm, was würdet ihr daraus schließen? Zumal da auch dieses Logo von Urban noch da drauf ist. Also man kann auf jeden Fall interessant gespannt sein, was da in diesen ganzen Punkten da entsteht, passiert. Wie gesagt, sobald es da Neuigkeiten gibt, sind wir hier an erster Front. Ein neues Bild von Mini, die jetzt die Nummer 3, wurde veröffentlicht hier auf der Seite von OMSI Projekt Gladbeck. Und wir sehen hier ein Vodafone-Gebäude, welches mit einem Schwarz umkreis ist, also gezielt auf dieses Objekt. Also auch hier geht es natürlich um das Mini-DLC, auch dass das Ganze sie daran weiter festhalten werden, an diese Mini-DLCs. Ähm, ich persönlich muss dazu sagen, ich habe da jetzt nichts dagegen, wenn das Ganze jetzt halt einen minderwertigen Preis hat. Oder halt gar kostenlos ist für Leute, die sich bestimmte Addons halt kaufen, habe ich persönlich da halt absolut nichts dagegen, wenn man das Ganze so macht. Auf jeden Fall sieht man aber hier, dass hier wieder eigene Objekte wieder stattfinden, dass hier eigene Objekte, ähm, wieder entstehen im Mini-DLC 3. Von daher können wir da gespannt sein, ähm, wo es da lang geht. Der ein oder andere, der das Gebäude natürlich kennt, der wird natürlich wissen, um was es sich hier handelt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, ähm, und dann schreibt es da unten mal rein. Und dann sagt er doch mal, äh, wo denn genau dieses Gebäude eventuell stehen könnte. Ich selbst bin natürlich Vodafone-Kunde, bin aber nicht zufrieden damit. Das musste ich jetzt einfach mal so lassen. Kommen wir zum nächsten. Und da haben wir hier einen TS-Pro-Zug, der jetzt in Steam erhältlich ist. Und zwar die DBBR24 für den Train-Simulator von Dovetail Games 2019. Der ist jetzt ab sofort erhältlich auf Steam. Es ist ein, ja, TS-Pro-Zug, der natürlich mehr, mehr kann als, oder mehr Herausforderungen darstellt, als es jetzt in den normalen Zügen von den Train-Simulator ist. Also das heißt hier, komplettes Aufrüsten, äh, es gibt eigene Aufgaben. Und zwar braucht ihr die Strecke zusätzlich Westrhein-Köln-Koblenz. Ähm, einmal den Regionalexpress Bonn-Köln, einmal den Regionalexpress Köln-Koblenz. Und einmal den Regionalexpress Koblenz-Köln. Und wie gesagt, dazu braucht ihr halt das Strecken-Add-on Köln-Koblenz. Also Westrhein-Köln-Koblenz-Root-Add-on. Dieses benötigt ihr halt zudem. Ja, was kann man noch dazu sagen? Es gibt natürlich dann auch wieder haufenweise Missionen, die ihr euch dann im Steam-Workshop wieder runterladen könnt. Also von daher ist das Ganze schon relativ cool. 19,99 Euro kostet das Ganze. Wenn ihr da Bock drauf habt, ein bisschen härtere Simulationen hier im Train-Simulator zu erleben, dann ist TS-Pro genau das Richtige für euch. Dann wollen wir noch was anderes hier zeigen. Und zwar City München ist jetzt vor einigen Tagen erschienen. Im Steam-Workshop ist natürlich für alle erhältlich. Und der Frust ist allerdings groß aktuell. Denn es läuft alles nicht so, wie es sein soll. Der Bus ist unvollständig. Die Strecke ist teilweise nicht mit den richtigen Straßenregeln ausgestattet. Und so weiter und so fort. Wir selbst haben uns das Ganze im Livestream angeschaut. Und müssen aber sagen, dass wir jetzt gar nicht so enttäuscht waren von dem Addon. Von der Strecke her muss ich sagen, ist es großartig geworden. Klar gibt es halt diese ein oder andere Macke. Wo man dann halt sagt, wo sind denn die Beta-Tester gewesen, die gerade in diesem speziellen Fall immer so was testen müssten, um das Ganze dann halt am Laufen zu bekommen. Von daher stellt sich mir die Frage, so gab es überhaupt Beta-Tester. Weil wenn ja, dann wären das Fehler gewesen. Die wären definitiv aufgefallen. Der Bus ist teilweise unvollständig. Und ich glaube, da geht es natürlich um die größte Masse. Denn es fehlt einfach so unglaublich viel in dem Bus. Es sind keine Töne vorhanden. Der ganze Bus an sich, der hat noch keine Pedalen oder sonstiges. Das Sonnenrullo ist nicht vorhanden. Und auch die Innenanzeige vom Bus, die ist teilweise fehlerhaft. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie weg. Aber das sind alles so Sachen, wo ich persönlich noch drüber weggucken kann, weil man sowas halt alles patchen kann. Das ist halt möglich. Und dieser Patch wurde jetzt ja angekündigt. Und dieser soll bereits jetzt am Montag erscheinen. Was dann natürlich alles gepatcht worden ist, wurde natürlich noch nicht bekannt gegeben. Und mal gucken, vielleicht geht dann dieser Unmut von diesem Strecken DEC, Strecken Eddon München, vielleicht dann wieder ein bisschen weiter runter. Denn der ein oder andere hat jetzt erst mal so Abstand genommen von dem Eddon, weil sie halt warten wollen, bis das ganze Ding endlich mal komplett fertig ist aktuell. Sagen viele oder schreiben halt viele, dass sich das Ganze halt wirklich eher wie ein Early Access anfühlt, als wie ein fertiges Release-Produkt. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Ganze natürlich dementsprechend relativ kurzfristig angekündigt wurde, dass das Ganze gereleased wurde. Also das war ja innerhalb von einer Woche wurde das Ganze halt dementsprechend angekündigt und dann auch veröffentlicht. So mag ich das eigentlich, ja nicht erst ankündigen, von wegen in sechs Monaten kommt das und dann, ja, passiert dann einfach rein gar nichts. Aber so wie das München aktuell gemacht hat, fand ich das persönlich schon gut. Diese ganzen Streckensachen, das sind halt teilweise, was mir aufgefallen ist, nur so eine kleineren Verkehrsregeln-Geschichten. Da muss man den Omsi noch ein bisschen nochmal sagen, wie er was zu machen hat und dass zum Beispiel auch die Busse halt an den Ampeln auch fahren, wie sie denn fahren sollen. Das sind alles noch so kleine Sachen, die man aber dann wirklich in diesem Patch halt beheben kann. Von daher sind wir mal gespannt, was der neue Patch jetzt sich hier am Montag bringt und mal gucken. Vielleicht geht ja dann der Unmut, wie gesagt, nicht Tramm München, sondern von Omsi 2 München denn davon und dann geht es vielleicht dann wieder bergauf. Das Ganze kostet 25 Euro, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ihr könnt natürlich aber auf gamesplanet.de da nochmal ein bisschen was sparen, bis zu 10% und dann habt ihr das Ganze ein bisschen günstiger gekauft. Und zu guter Letzt haben wir jetzt hier noch was. Ich muss mich entschuldigen für meine Tochter im Hintergrund. Und Tränen Omsi TV hat einen neuen Meilenstein erreicht, 5000 Abonnenten. Ich möchte mich hier recht herzlich, ich freue mich für ihn, ich möchte meine Glückwünsche äußern. Das ist natürlich eine große Sache und ich schätze Tränen Omsi TV als YouTuber sehr. Das ist einer der wenigen tatsächlich, wo ich ab und zu mal vorbeigucke, bin zwar immer einer der stillen Zuschauer, aber ab und zu guckt man dann doch mal rein, was die Kollegen denn so machen. Und hier muss ich sagen, Tränen Omsi TV macht hier wirklich eine großartige Arbeit. Also schaut einfach mal vorbei, falls ihr nächstes Mal streamt oder sowas. Also wir selbst, also ich bin einer der wenigen, die, oder was heißt wenigen, nicht wenigen. Ich bin einer, der, der dann ab und zu, wie gesagt, mal zuschaut, aber halt immer, ja, relativ ruhig bin. Tränen Omsi TV, wie gesagt, 5000 Abonnenten. Meine Glückwünsche dafür. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der News. Das war es auf jeden Fall für diese Woche. Ich weiß es nicht viel, aber es ist natürlich auch ein bisschen schwer, immer hier so ein paar Sachen rauszufinden. Auch kommt immer mal wieder in die Kommentare, na, was ist denn mit Omsi 2 Köln und was ist denn mit Düsseldorf? Wann sind denn Release-Datum? Da muss man immer sagen, so Omsi 2 Köln finde ich aktuell rein gar nichts in den News und World Wide Web oder sonstiges. Release-Datum ist laut vielen der 31. Dezember, was natürlich ein Platzhalter ist. Also von daher kann man dementsprechend nicht wirklich viel sagen, wann, wie, wo, was kommt. Auch allgemein ist die, ist das Ganze ein bisschen sehr ruhig um Omsi 2 Köln. Düsseldorf schreibt halt auf seiner Website, dass das, oder auf Facebook, dass das Ganze jetzt demnächst erscheint. Allerdings habe ich ein Release-Datum vom 5. Dezember gefunden. Das scheint mir dann aber nicht bald zu sein, sondern es ist noch ein paar Monate hin. Von daher kann ich das von Amazon, das Release-Datum, halt dementsprechend jetzt nicht glauben, dass das Ganze so ist. Weil ich hatte auch schon irgendwo was gelesen mit Oktober 2019, dass das Ganze erscheint. Und das wäre schon ein bisschen näher an bald, als wie der Dezember. Von daher, sobald da irgendwas ist, halte ich euch hier dementsprechend auf dem Laufenden. Aber es bringt halt auch nichts immer zu fragen, wann kommt das. Ich selbst, wie gesagt, hole mir diese Daten halt auch nur aus dem Internet raus. Und damit möchte ich mich dann auch schon wieder verabschieden von euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann am Sonntag dann wieder, wenn es dann die nächsten News gibt. Von daher verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.